Mal sehen, ob Sie richtig eingeschätzt haben, welche Geschichte war und welche erfunden ist. Der Blutfleck, den der Detective einfach nicht von der Wand entfernen lassen konnte, oder von seiner Seele. Real oder nicht? Sagen Sie ihm, was er hören will, auch wenn Sie es später wieder rufen werden. Leck mich da. Jetzt machen Sie keinen Unsinn. Er spielt nicht böser Bulle, guter Bulle. Officer Sands, legen Sie ihm die Fesseln ab und gehen Sie hinaus. Ich hätte folgenden Vorschlag, Craig. Ich könnte mit ihm reden und vielleicht versuchen... Sie gehen raus. Wenn Sie geglaubt haben, die Geschichte wäre wahr, haben Sie recht. Sie ist wahr. Was war mit den entsetzlichen Geräuschen, die offenbar von einer völlig normalen Wandtafel kamen? Tatsache oder erfunden? Okay, das war's. Ich verspreche, ich schwänze nie wieder Sport. Da entlang. Ja. Die Geschichte der Schule und der rätselhaften Geisterstimme ist ganz genau so wirklich passiert. Sie ist wahr. Die nächste Geschichte war die von der jungen Frau, die in ihrem Urlaub den Himmel auf Erden suchte. Hallo, Kinder. Entschuldigt mal. Hallo, Kinder. Hört mal. Hört doch mal her, Kinder. Entschuldigt bitte. Hallo? Hört doch mal. Ach, schon gut. Alles in Ordnung. Hört ihr mir eigentlich zu? Hatten Sie das Gefühl, diesmal eine wahre Geschichte zu sehen? Das war ein Ehrtum. Sie war ausgedacht. Und da zie ich mich auf und schüren, Gott? Gut5 Ehrtum. Ich war groß. Ich war die Tsch entsISH. Und die nochein mit einem...